Also, da gibt's ein Gegenband, das ist klar. Ah, mehr. Nee, da gibt's nichts zu sehen. Wir springen einfach mal runter. Ah, da ist es doch. Hier steht etwas geschrieben. Hm, das Resonanz-Emblem wird das Siegel vom Schild lösen. Ja, richtig, das wird dieses beiden Siegel lösen bei den Typen mit den Linksbumsen. Mit den, mit den... Na, ihr wisst schon, mit den langsten Typen da. Emblem-Schild, ein kleine Schild, auf dem ein Emblem, äh, darauf ist. Die gleiche Form wie die Emblem, die die Türen des Kolosseums versiegeln. Richtig. Der Arm... Äh... Der Arm des Skeletts scheint als Hebel zu wirken, okay? Ja. Ja, du musst ja diese Tür öffnen. Eine versteckte Falle wurde ausgelöst. Der Arm des Jehens in den Oder�... Dann kamst du mit den Was? Das ist ein Rang des Jehens für Dichs. Oh, der Arm des Gehens für Dichs. Ich Desden Siehe. Er klatsch. Du wirst es nicht für Dich. Oh, der Arm des Sehens für Dichs. Der Arm des Gehens für Dichs. Der Arm des Gehens für Dichs. Außen wirst du es denn? Der Arm des Gehens für Dichs. Das ist tief und nach dem Wegst, von dem Wegst, Ah. Ja, guck doch mal, wo ich hinlaufe. So schlecht laufe ich nur auf hier. So, hier, Moment. Äh. Und aufhören. Ta-daa. So, äh. Okay. Wo sind wir? Hier gibt's doch einen Shop bei den Tutsch. Ich biete Cola. Oh, cool. Jetzt gibt's ja auch noch einen schwarzen Ator. Als hätten sie mir nicht schon in Grau gereicht. Oh, okay. Oh, okay. So, I get to the nab. The nab, I'm gonna go on track. Oh, that's pretty decent. Oh, okay. So. War doch ganz chillig. Naja, gib mir deine Kugel auch. Oh, gehen wir hier gleich rein. Was gibt's denn hier? Oh, soll ich mal wieder auf Alistair wetzen? Gibt's hier eine grüne Kugel? Und es geht noch weiter hoch. Hm, ich weiß, wo ich bin. Hier gibt's auch was tolles. Unter so einen Schrein. Weiß die auch immer bringen. Die bringen rote Kugeln. Weiß ich nicht. Wenn ich noch irgendwas bringen würde, würde ich so sagen. Ne, hier ist sonst nichts. Oh, kacke. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, Weg hoch. Habt ihr's gesehen? Ich hab's nämlich gesehen. Und, ähm... Das war ja richtig gut. Also, wieder ein Weg hoch. Aber ist ja kein Thema für einen gehübten Spieler für mich. Ist jeder Umweg, kein Umweg. Äh... Ja. So oder... So ähnlich... Sollte das hier auch klappen. Und zwar... Wer kommt denn schon auf so ne kranke Idee? Wer kommt denn schon auf so ne kranke Idee? So. Blaue Kugel vollständig hergestellt. Nein, ich hab erst 3 von 4... Ah... Das ist doch auch wieder zum kurzen. Ich hab... Ich hab jetzt erst 3 von 4. Das heißt, ich muss in den letzten Aufnahmen irgendwo eins... Wieviel willst du? Sie haben 200 Kugeln verwendet. Das geht nicht. Ach, wie war der Schrein vielleicht? Cool. Ist eigentlich oft illegal. Ich muss da nur durch, schnell. Oh, ich... Muss ich hier auch schon ein paar Rote Kugeln eingehen? Ich weiß nicht. Wieso habe ich denn immer raus... Rote Kugeln und Rote Kugeln? Aber hier kriegst du locker mehr als 200 Kugeln. Aber hier kriegst du locker mehr als 200 Kugeln. Aber so viele Türen gibt es gar nicht. Rote Kugeln. Was ist das denn? Was ist das denn? Was haben wir denn da? Ein Teufelstern! Oh, okay. Okay. Boom, 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 boom. Naja. Naja. Und das. Nee, nee, nee. Ich sag noch, diese Gegner, die werden immer mehr... Immer mehr. Komm, 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 komm. Ah! Ich steck dir mein Schwert dahin. Noch mal. Wird dir nicht gefallen. Oh. Hier gibt's noch was da. Hier, 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 hier. Und dann hier hoch. Jetzt ist hier hoch. Oh ja, sehr schön. Cool. Ich sag noch mal ne blaue Kugel. So eine blaue Kugel. Du fragst meinen Dingstar. Ich steh die am Kugeln. 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 Ja. Diese Mauer. Nee. Na gut. Das hier war meine. Sie haben... Ach so. EIN HUNDER TURN. Na gut. Dann hab ich alles natürlich wieder rausgeholt. Ich hab ja da irgendwie, keine Ahnung, 300 Kugeln oder so mindestens gemacht haben. Müsste ich... Also sollte ich. Gehen wir mal weiter. Was gibt's denn hier so alles? Zeugründen. Äh. Ja. Nee. War's das. Mein Schatten macht mir Angst. Sie haben... Sie haben... Die Tür aufgespart. Womit? Acht Minuten... 430 Kugeln. Es geht... Rang B. Also... Ähm... Die Zeit sagt... Achtemission geht noch. Doch. Folgt mich doch. Immer weiter so. Oh. So langsam kriegt man richtig Hunger. Äh... Nehmen Sie das Schild... Und ein Lanzenpaar, um das Kleosium zu erobern. Im Kleosium kommst glaub ich zum Endkampf. Sobald ich weiß. Noch wieder hier die... Oh ja. Die Exaktion. Oh nein! Diesmal ist es ein... Okay. Dann brauchen wir aber eher Alistair. So viel mehr... Ach, da sind zwei gleich. Jaa, wie schnell das Tod ist. Ja geil. Jaa, wie schnell... Ah! Jaa, wie schnell das Rad. Jaa... Jaa, wie schnell das Tod ist. Jaa... Jaaa... Alles. Ich weiß nicht, welches es ist, aber aus der Tür. Bla, bla, bla. Ja, bla, bla, bla. Es sagt einfach nur... Ja, das ist üblicher, ne? Sie haben einen Gegenstand, wollen Sie ihn verwenden. Toll. Sie ihn verwenden. Sehr schön. So, das ist der Leuchtstein. Ein mysteriöses Stein, der in der Dunkelheit läuft. Und ein Stein, der häufig in der Unterwelt vorkommt und in der Welt der Menschen auf unerklärliche Weise neue Eigenschaften genommen hat. Also, ich leuchte jetzt. Das heißt, die Dunkelheit kann mir nicht mehr sein. Beziehungsweise, ich leuchte jetzt, wenn ich im Dunkeln gefilmt bin. Ich leuchte ein Haus aus. Ich bin nicht dunkel. Ich muss so... Was ich auch sagen. Nein, nein, ich leuchte. Stopp! Gut. Jeder hat es gesehen. So, und boom. Boom, boom. Mir macht das irgendwie Spaß, die Waffen zu wechseln. In der ganzen Zeit. Da haben wir doch was verwollten. Fuck, Mensch. Also, jetzt habe ich innerhalb der 40 Minuten vier Stücken gesammelt. Und jetzt kriege ich mehr Leben. Blaue Kugel. Ja, viel ist es nicht, aber ist okay, ne? Reis. Was ist das denn? Geweihtes Wasser. Yeah. Auch noch. Ist hier eine richtige Schatzkammer. Hm. Nö, sonst gibt es hier nichts. Gut. Dann... Machen wir das so. Jihau. Gegner besiegen. Und folgende noch. Überleben. Das ist so richtig... die lassen. Also Mundus will richtig übel satt leiden lassen. Stopp! 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 Na klar, trifft mich das. Na klar. Ich muss mich eh gerade heilen. Ich weiß, dass das wunderbar war. Ähm, oh ja, ich kenne das hier. Ähm, nicht so gut. So ist das. Nein. Ja. Nein. Äh, ja. Ich kann das nur, wenn ich das kank habe. Nein, irgendwie war das, war der Trick doch da, ähm. Ich mach das so. So oder so ähnlich. Na, komm herauf. So vielleicht nicht. Du solltest springen statt runterfallen. So. Genau. Nee. Auch nah dran. Hm. Wie muss ich hier dahin kommen? Was war das denn nochmal? Ich weiß, dass ich das jetzt bei dem anderen auch so machen muss. Das ist ja das ganze Paar und da müssen wir ja irgendwie hinkommen. Okay, das bringt doch auch nichts. Okay, das ist ja das. Okay, das ist ja das. Thanks. So. Untertitelung des ZDF, 2020